Gestern hat die Bürgergemeinde Brattelen ihren traditionellen Christbaumverkauf vor dem Bürgerhaus auf dem Schmittiplatz durchgeführt. Bäume von allen Grössen aus dem Brattlerwald oder aus der näheren Umgebung haben auf Käufer gewartet. Bei dieser grossen Auswahl war der Finanzchef der Einwohnergemeinde für einmal froh, dass er sich beim Förster beraten lassen konnte. Auch die ganze Forstmannschaft und der Bürgerrat waren anwesend. Hier die Forstleute bei einer kurzen Pause. Der Preis der Bäume richtet sich nach der Länge, die an Ort und Stelle gemessen wird. Zahlt wird beim Finanzchef der Bürgergemeinde. Bei diesem kalten Wetter gehört natürlich der Glühwein, hergestellt aus Bürgerwein, auch dazu. Die Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule mit ihren Blasinstrumenten für eine ganz besondere Ambiance gesorgt. Werden von der Möden Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018